Gerechtfertigt. Pussy Way Pro. Okay, ich geh den Pussy Way, nee. Pussy Way. Es ist Zufall, dass ja alles rosa ist. Warte. 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 Boah, sieht das mega aus der Hände. Achso, ob alles rosa ist, hast du gerade gefragt. Ja, ob das Zufall ist. Ja. Jump. Ah. Jump, achso, jetzt müssen wir da runter. Ach, jetzt kommen wir da rein. Aua. Loll, du hast es nicht geschafft. Doch, ich lebe noch. Good luck. Eigentlich hätte ich schon mal von vorne springen müssen. Ich bin nicht. Ja, aber doch. Nee. Jetzt weiß ich, wofür die Leiter war. Ja. Ach, du. Ach. Drasch. Nebway, Proway. Easy, was? Nu, Proway. Ich muss mir doch mal gucken. Ja, ja. Der trollt. Glaub ich so. Warum was? What? Guckst du dir an, warum? Ich kann nicht gucken, ich sterbe gerade. Achso. Portet zu mir. TP. TP. Kein Name zuerst, gell? Nee, deiner. Okay. Huh. Guckst du dir an. Lol. Ja. Früge trollt. Ja, Mann. Der Proway, so schwer ist der ja eh nicht, oder? Nee, es geht. Du musst halt im Flow bleiben, was? Okay. Sonst wird schwierig. Ah. Okay, verdammt. Oh, Alter. Oh, ähm. Wir haben jetzt den Red Zone verloren. Welchen Red Stone? Den, was ich vorhin eingesammelt hab. Ich weiß jetzt nicht, wie schlimm das ist. Brauchen wir doch, glaub ich, brauchen wir, glaub ich, nicht. Ah, jetzt müssen wir da hinten lang. Ja, okay. Oh, okay, ich warte mal auf dich. Ja, warte mal. Ähm. Wie geht's denn hier lang? wo bist du eigentlich gehe ich gar nicht ich such grad wo es jetzt angeht achte ja okay sie ist das weil ich jetzt das ein flocken ja man da muss aber drin bleiben du musst das fehlen durch das spüren ja ich habe schon beim ersten sprung gemacht zwar das war nichts tu es tu es jawohl ja 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 oder macht sie in einem sprung durch guckt ihr euch an guckt ihr euch an das war jetzt ja den ich brauch so einen betablocker dort das wasser sieht ja cool aus das sieht alles voll gut aus da drüben ja guck mal das fließt ja gar nicht runter jetzt schon tut toll ach so das ja mega das ist einfach so ausgeschnitten ja das ist irgend so ein tool halt das man im server oder so auch mal benutzt ok voll nice oooh da springt er drüber ey oooh billy ja ist ja gut billy billy gps oh wacht was zur helde was ich hab nur ne trofie gewonnen von denn rocket was was ne trofie mei ne trofie ach soo nice grad verstanden ne trofie mei von Herrn rocket ne Diamanten, Diamanten, hier sind Diamanten, Junge Ja, warum bringst du sowas nicht mehr in der Tagit-Map, Junge Du hast deine Schnauze, ich hab voll viele gefarmt bei Tagit Voll nett, ich hab die alle gefarmt Ja, okay, alles klar Ich glaub, ich hab gar keinen gefarmt, oder? Nee, doch, kann, nee, ich weiß nicht, vielleicht doch, keine Ahnung, kann sein Jawohl, Junge Gemacht Hast du die? Wey Nee, noch nicht gemacht Achso Doch, mach, doch, was machst du? Ja, ich denk, du hast noch nicht gemacht Doch, ich hab's schon gemacht Ich hab hier aufgehört Oh, Junge Das hast du verdient Achso, hier hast du aufgehört Ja Aber die Das Rohr ist dann ja wieder ankling Ja Okay Äh, ja, go Ja, fangen wir an Alter, das gibt's nicht Mal den ersten Sprung verkackt Pfff Loll Ach, nur weil ich, oh Mann Alles wird sich ändern Wenn du froh bist Was? Achso Ja, in der Tat Wenn Wenn Ich bin durch Oh, leu Ich warte mal Ja Ja, boah Warte Das ist ziemlich Tricky Hey, der hat doch vorhin gesagt Wir dürfen Letzern auf die Oh Was machst du? Ich bring dich einfach durch Was machst du? Ähm Wir dürfen Letzern auf die Rosanen Blöcke setzen Ja Thanks for playing Random Parcours Ja, danke Herr Map-Ansteller Oh, wir sind durch, Junge That I finish this area I might start a new project Das wär echt cool Ähm Das Haus wär echt geil Ja, ich hab hier TNT gefunden Kann nicht sein Ähm Another Parcours-Map Only better Noch besser Das geht ja fast nicht Ja, sie war This map might not get updated After this Okay, es gibt wahrscheinlich keine updates If that's the case Then I want to say Thank you very much for playing Ja, thank you very much For 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 creating This map Mr. Map Creator Game over Yeah Insert cool music here Okay Einen Moment Natürlich Können wir auch hier Gute Musik Reinbringen Ähm Wo ist das denn? Die Rosane Hölle Geht gleich in die Luft Findest du das okay, Max? Ja Ist das coole Musik? Das ist doch keine coole Musik Coole Musik Keine traurige, gell? Ja, okay, ja, warte mal Swaggy, 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 Swag-Musik, Max Ja, genau, das brauche ich jetzt Ja, genau Ähm Ich suche hier noch coole Musik Machst du da Bereitet alles vor Ist ja nicht schon fertig Ich glaube, das müsste ja nicht reichen Die ist cool Ja, das ist okay Erinnert mich irgendwie leicht an Zelda Mhm, so ein bisschen Ja, nur ein bisschen So Ich bin bereit Oh Boah, Junge Boah, jetzt läuft das Wasser Hat es rumgebracht Ja, geil ist er Dürr Haha Das war Spass dran Ja, glaube ich Ja Ja Dann Matze, was sagst du zu der map? Wie hat sie dir gefangen? War ich nicht ganz War ganz cool War ich cool Ja, fand ich auch. Teilweise waren echt richtige Assi-Jumps dabei. Aber dann waren wieder teilweise noch Sachen, wo man ein bisschen entspannen konnte. Das war echt gut gemacht. Das war eigentlich so ein guter Mix aus allem. Ja, weiter so ein Map ist wieder da. Sehr coole Map, danke dafür. Und Matze, der vergnüht sich jetzt noch ein bisschen mit TNT. Wir verabschieden uns dann erst mal. Nächstes Mal nimmt der Matze wieder auf. Also im nächsten Jahr dann. Oder im Jahrzehntisch. 2015. Weee! Weee! 2015, wuh! Wir werden alt. Ja. Ja, dann danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschau! 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 Ah, Neues von Peter. Tschau! Tschau! Tschau!